Und die umgehen, die Typen. Wenn da jetzt ein Großer aus dem Wald kommt, haben wir Pech gehabt. Ganz genau. Und damit herzlich willkommen zurück zu ARK. Wir sind hier wieder unterwegs. Wir suchen gerade einen neuen Spot für ein Lager. Oh, da sind Spucker. Hat er uns gesehen? Der hat uns gesehen. Dich hat er gesehen, mich nicht. Oh, der hat Freunde, der hat Freunde. Das sind voll viele, ey. Geil, die greifen den doch nicht. Oh, der hat mich gespuckt. Der eine ist tot, ne? Ich hab den gekillt, aber... Ja, ich hab noch einen gekillt. Aber mein Speer ist kaputt. Ich muss mal gerade mein Gamepad hier weglegen, so. Sonst fängt das nämlich gleich hart an zu vibrieren. Alles tot, alles tot? Du bist tot. Nein, nein, da kommt noch einer. Oh, nee, du hast den gekillt, okay. Ja, dann hau den mal weg. Der hat mich, der hat mich. Scheiße, ich seh nichts mehr. Ich verblute fast. Ich muss mal eben was essen. Ich seh nichts. Ich hab schon rotes Blinken, deswegen. Scheiße, hab ich auch. Sind alle tot? Okay. Okay, Fleisch. Wo sind die jetzt alle? Hier ist einer. Da ist noch Fleisch drin. Da ist auch noch einer. Hier ist noch einer. Aber wir sind nicht zusammenstehen. Da, hab ich, hab ich, hab ich. Na, sonst seh ich kann mal. Da hätten wir ja auch im Wasser gehen können, ne? Ja. Da war auch eine schlechte Idee, glaube ich. Boah, ich hab voll wenig Energie, ey. Da ist auch wieder ein großer. Dub-Turm ist auch aufpassen. Ja, ja. Große Haufen Dino-Scheiße. Boah, scheiße. Boah. Die sieht man ja gar nicht. Voll da rein. Das ist voll der Scheiß-Spawn hier. Boah. Bin so gut wie tot. Ich bin jetzt gleich tot. Ich hab auch keinen Speer. Boah, fuck, ey. Da haben sie uns geschossen. Ja, da bin ich tot. Ich mein, wir können jetzt auch sonst einfach woanders spawnen. Wir haben ja die Spawn-Region an der Seite. Ja, dann gucken wir mal machen. So, was... Also irgendwie im Norden oder so. Ja, ich guck mir grad mal an, wo die Punkte hier so sind. Und Nord 3 ist genau ganz oben. Nord 3, hab ich auch grad gesehen, ja. Lass mal nehmen, ist gut. Ja. Wir haben ja zur Not auch immer noch unten das Bett. Eben, da kann man sicher wieder finden, sonst... Können wir nicht an der gleichen... Nicht zur gleichen Zeit spawnen, aber... Zumindest... Boah! Was ist los? Boah, hier ist direkt ein Kroko, Junge. Bin gleich wieder tot. Ich bin tot. Da ist ein Kroko direkt an meinem Spot gewesen. War ein richtig beschissener Spot. Ich bin hier gespawnt ohne Kroko. Ich bin aber auch deutlich weiter links von dem Spawn... Von der Markierung da gespawnt. Auf der Karte. So, ja, lass mich ins Spiel, Junge. Tödel hier nicht ewig rum und guck dir deine scheiß Wichsflossen an. Lass mich spielen. Mann, ey. Da ist ein Flugi. Okay, da ist kein Kroko. Also ich bin ziemlich genau in der Mitte gespawnt. Ich? Ach, nee, nee, ich bin auf der linken Seite. Ich bin... Ja? Also von ganz links im dritten Feld bin ich gespawnt. Ich auch. Ich bin... Äh... Im dritten Feld ganz rechts. Oben. Ziemlich weit oben. Ich bin im dritten Feld ganz links. Okay. Äh, welche Richtung muss ich dann gehen? Äh, da ist Wasser. Da muss ich nach rechts gehen, ne? Guck mal direkt mal hier ein paar Materialien. Kann ich schon irgendwas bauen? Ach, jetzt brauche ich noch so eine Scheiße. Steine. Ja, möglichst wenig Holz mit den Händen zerprügeln. Weil das ja alles Energie kostet auch. Ja. Das ist mal kacke. Aber glaubst du, kommst ja nicht drum rum, ne? Ne, klar, am Anfang nicht, aber... Sobald das geht, würde ich mir halt gerne eine Axt bauen. Zumindest. Ja, klar. 10-Sets brauchst du dafür. Jetzt habe ich die zusammen. Okay, sollte ich jetzt auch haben. Okay, Spitzhacke geht schon mal. Oh, die habe ich auch. Ne, ne, ne. Nimm die Spitzhacke, Junge. So, genau. Hol ich mir jetzt erstmal einen Stein weg. Jetzt haben wir mal die Büsche hier ein, die wir hier gefunden haben. Ja, wir müssen auch jetzt alles wieder, ne? Scheiße. Ja, gut, wir kannten uns natürlich da unten auch aus. Das bringt auch einen Vorteil, ne? Aber du musst halt immer... Für alles musste man immer so mega weit laufen, irgendwie. Mhm. Und das ist halt kacke, irgendwie. Dann weiß ich nicht. So, alles... An sich war der Spawn ja gar nicht so schlecht. Wir wussten halt, wo wir sind. Wir hatten diese Dodo-Insel. Hat Kroko war natürlich kacke. Ja, das war jetzt irgendwie neu, ne? Was da auf der Kroko-Insel. Ja, die müssen auch neu reingekommen sein, irgendwann. Was fehlt mir denn, dass ich da nix kraften kann? Ach, Quatsch. Wood und Fiber. Ach, ist das schon... Okay. Dann brauchen wir noch ein bisschen Fiber hier. Oh, ich sammle gerade auch schon Büsche. Und ein bisschen Bunt. Oh, ich hab noch den Megatrick übrigens gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Und zwar kannst du dir ein Dodo zähmen. Ja. Und dann kannst du dein Fleisch in den Dodo legen. Und dann hält das deutlich länger. Okay. Also, das hält dann... So hält das ja irgendwie 20 Minuten oder so. Wenn du das in den Dodo legst, dann hält das irgendwie eine Stunde. Aha. Mega gut. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Ist einfach so. Ist quasi so ein... Also, ich hab mir so ein paar Tipps angeguckt mal, weil wir ja mega abkacken irgendwie immer. Mhm. Und dann hab ich das halt gesehen, das war so ein... Hat der irgendwie angeguckt, ich bin mit laufender Kühlschrank oder sowas. Keine Ahnung. Fand ich ganz cool. Kann ich jetzt... Kann ich keine Axt bauen? Was fehlt mir denn da? Flint. Achso. Okay. Ich bin aber schon... Hier so einen Stein hacken. Ich hoffe, den kann man hacken hier. Ja, das sieht gut aus. Wenn man was rauskriegt, dann kann man den auch hacken. Wieso frisst der denn jetzt mal eine Bär nicht? Wieso? Ah, jetzt frisst der die. Vielleicht ein bisschen leck. Äh. Dann brauch ich mir jetzt mal eine Axt. Boah, hinten schwimmt irgendwas im Wasser. Bisschen Angst. Lila Kiste. Okay, die ist jetzt nicht so geil. Mal gucken, ob wir uns finden, ne? Ja. Ja, ich glaube, ich laufe zu dir rüber. Siehst du die lila Kiste? Den lila Strahl? Also das ist so ein großer Berg. Ja, das ist aber... Ja, das ist ein kleines Stück von mir weg, aber... Ja, da bin ich jetzt. Okay. Ziemlich genau da bin ich jetzt. Ja, wenn du dann am Strandrichtung... Also strandrechte Seite weiterläufst, dann... Strandrechte? ...dolltest du gleich zu mir kommen. Ach, rechte Seite? Ja. Strandrechte Seite, ja. Also Wasser links, ja. Gut. Oder... Ne, Wasser rechts. Ja, weil du gerade gesagt hast, Strandrechte Seite. Wenn ich zum lila Dings gucke, habe ich einen Strand... ...habe ich einen Strand links. Also musst du, wenn du zu mir willst, einen Strand rechts haben. Das Wasser links, ja. Ja, was meine ich ja, Wasser links, ja. Ja, gut. Das wollte ich ja nur wissen. Ja, deswegen frage ich ja. Weil du Strand gesagt hast. Ich sehe das Krokodil aber auch, wo du gerade gefressen worden bist wahrscheinlich. Ich wäre jetzt in die andere Richtung gelaufen. Weil du gesagt hast, der Strand. Deswegen wollte ich nur... Achso, ja. ...sicher gehen, dass wir da vom Gleichen reden. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit in die eine Richtung laufe und du bist... ...und du läufst quasi genau hinter mir irgendwie. Weißt du? Und wir verpassen uns dann die ganze Zeit. Das ist ja scheiße. Also direkt am Strand bei mir sitzt ein Krokodil, so ein paar Meter sind das. 100 Meter. Okay. Da musst du halt ein bisschen aufpassen, ne? Was, hast du echt? Du musst da vorbei. Ja, ich gucke ja zum Strand. Da ist ein Dodo, geil. Wir haben ein neues Mitglied. Was denn für Mitglied? Im, im, hier im Clan, hier. Wie heißt denn das? Wie nennt man das hier? Im Tribe, im Stamm. Im Tribe, ja, im Stamm. Wen denn? Oh. Ah, da kommt sie. Wat? Scheiße, das Krokodil geht mir auf den Sack. Boah, Level 12, ey. War das Level 12 der Krokodil? Ne, der Dodo. So. Okay, ich bin jetzt gleich. Und ich bin jetzt nicht ganz am Strand, natürlich, ne? Mhm. Ich baue mir grad ein paar Speere. Ich bin jetzt an dem, an dem Lina. Da bist du jetzt? Wohin, dann. Ich seh dich, ich bin hinter dir. Krieg ich schon nicht weg? Ach da. Ja, ich weiß ja nicht, wo du hinter mir meinst. Du musst aus der Richtung gekommen sein, hier. Ja, von da kam ich auch. Da ist auch der Krokodil, was ich wahrscheinlich nicht gefressen habe. Dann warst du schon an mir vorbei. Weil ich war ja grad hier hinten in Dodo-Kählen. Ich weiß nicht, wo meiner bleibt. Welcher? Ich hab grad einen getamt. Ach so, keine Ahnung. Vielleicht ist der nicht auf Folgen gestellt. Wow. Beate wird gekillt. Ja. Ja, scheiße. Ich seh das. Dann haben die wahrscheinlich einen Berg nicht hoch und wird vom Krokodil gefressen. Ja, ich seh das, Krokodil. Da müssen wir weg. Das ist ja noch voll nah, ey. Also nicht so nah, wie das kommt, aber zu nah. Ja, ich würd sagen, wir müssen ein klein bisschen mehr ins Land rein, wenn wir einen coolen Spot mit See oder so finden wollen. Das kann sein. Das wird die ganze Zeit voll abdüst. Cool wäre halt, wenn wir irgendwie schon ein paar Steine oder so ringsrum hätten, weißt du, dann brauchen wir nicht so viel Schutzballe bauen und so. Ja, du musst halt irgendwas, klar, wir müssen irgendwas finden, was schon ein bisschen geschützt ist auch. Und so direkt offen für alle Dinos zum Angreifen. Das war halt auf der Insel ganz cool. Da hast du halt rundherum Wasser gehabt. Das ist ganz nett. Wo bist du denn jetzt hin, ey? Ich bin jetzt bei dem lila Teil. Läuft ja mir die ganze Zeit weg hier, ey. Also ich bin genau bei dem lila Teil jetzt, genau da dran. Ja, ist gut. Aber da ist aber auch ein Krokodil direkt, ey, scheiße. Hier ist eine super Bucht, aber mit Krokodil. Ja, das war schon scheiße. Bist du genau an dem lila, genau an dem lila Ding? Ja, da ist so ein Hügel, da stehe ich drauf. Ja, nicht, dass ich, ich wollte nur wissen, dass ich da, ah, da sehe ich, okay. Nicht, dass ich da jetzt hinlaufe und dann hockt das Krokodil und schnetzelt mich weg. Guck mal, da ist auch noch ein Wasserfall. Ja, warte, lass mich erst mal hochkommen. Ja, wir müssen da wieder runter. Oh, hier ist schon richtig kacke. Ja, ich wollte ja mal gucken, was hier so abgeht mit dem Krokodil. Ja, da rechts oben. Ja. Da müssen wir nur außen rum, da vorne kannst du den Berg hochgehen, siehst du? Und dass wir sonst da oben vielleicht eine Hütte bauen. Da hinten lang, dann haben wir nämlich... Hinter dem lila Ding lang. Wenn wir die an die Klippe bauen, kann von der Klippenseite keiner kommen. Du willst, ja, lass mich doch mal ausreden, Junge. Du willst hier an der Klippe, hinten, hinter dem lila Ding lang, da hoch durch den Wald und dann hier oben bauen, am Wasserfall. Genau. So, ungefähr, okay. Ja, können wir mal versuchen. Das ist das Krokodil in Ruhe, nämlich. Ja, das Krokodil ist scheiße. Ja. Wir müssen natürlich mal gucken, was da oben ist. Wenn da oben jetzt nur scheiße ist, dann... Ja, ja, klar, das kann man von unten ja nicht sehen. Eben. Aber prinzipiell ist die Idee gar nicht schlecht. Dann hast du auf einer Seite schon mal Klippe, da passiert dir nix. Eben. So, ich hoffe, wir sind keine Piranhas. Ich gehe auch mal besser einen größeren Weg. Ja, hier ist ja Land, da kommt man doch durch. Ja, aber größeren Bogen und das Krokodil auch rum. Ich weiß ja nicht, wie... Ja, ich weiß auch nicht, wie LeBite gucken kann, ne? Aber hier kommt man schon mal gut rum. Und Krokodil ist weit weg. Da oben ist er auf jeden Fall platt. Könnte für eine Hütte funktionieren. Ja, ich habe gerade mal einen Dodo gekillt. Ich bin nur nicht da. Ich bin nur nicht oben, ich bin neben der Klippe im Grunde. Also, ich gehe da gerade hoch. Okay. Sie ist im Flugzeug, oder soll er gerade hochsteigen? Ja. Ich stehe genau unter dem. Okay. Oh, was das? Ah, ist ein Trizer, okay. Oh, scheiße, da komme ich nicht vorbei. Da muss ich... Ach, kacke, ist voll Dschungel. Du bist auch durch den Dschungel aber gelaufen auch, ne? Das ist ein Stück Dschungel, ja. Man sieht auch nicht viel, ne? Ja, ist ganz cool. Das war was anderes, haben wir noch nicht gesehen. Wo bist du denn da jetzt schon wieder, ey? Ah, da, okay, okay, okay. Oh, ich warte nur, siehst du mich? Nee, ist gut. Ich sehe deinen Namen, ja. Der scheint ja ein bisschen durch. Sprinten und dann bin ich auch schon da. Und das finde ich nur da. Im Bronto, ne? Wo denn? Da so durch, er ist im Bronto-Sauger, ja. Ja, auch, kann sein. Wenn er so riesig ist, wahrscheinlich. Hoffen wir mal besser. Ansonsten nochmal ein großes Problem. Toll, dann sollten wir jetzt gleich schon da sein. Hoffen wir mal, dass hier oben keine Fresser sind. Ja. Zumindest nicht, bis wir eine Hütte haben mit Waldrum. Hier ist natürlich ein guter Spot zum Bauen, so ist schon relativ viel frei, aber hier ist halt gar nichts. Ja, oh, hier ist es, warte mal. Du bist nur da hochgegangen. Oh, nee, hier geht es aber auch nur runter, scheiße. Ich ane, das ist nicht gut. Hier müssen wir wieder da durch. Oh, hier ist ein See, guck mal. Uh, da vorne sind direkt direkt Schweine. Könnte ein guter Spot sein. Wo, also da bist du, okay. Ich über, ja, hier, hier ist ja natürlich jetzt Kacke zu bauen, ne? Ja, wir müssen schon drüber, wo es flach ist. Sollen wir mal rüber gehen auf die andere Seite? Ja, oh, ist aber dreckig. Was? Achso, ist Wasser. Das Wasser, das war total gelb. Ja, ist total braun auch. Ja, gelb, braun, das meine ich ja. Da sieht man natürlich nicht viel drin, ne? Das ist richtig, aber muss man ja auch nicht. Kommen wir nicht zum Baden. Kommen wir zum Zelten. Kommen wir nicht mehr raus, scheiße. Boah, hier ist... Da ist auf jeden Fall so ein Ankylosaurus. Siehst du mich? Ja. Guck mal hier, hier ist mega die grüne Fläche. Hier ist ja super zu bauen, oder? Mega die grüne, gute Fläche eigentlich. Ja, und hier hast du die Kante, wo er runter geht. Da unten sind Spucker, oder? Dodos, oder sowas? Ich kann da nicht hinschauen. Das sind Dodos. Schweine. Diese Ankylosaurier. Hier kannst du auch noch direkt hoch, oder? Da ist ein Vulkan, guck mal, da oben. Ja, das kann sein. Direkt vor uns. Hab ich auch noch nicht gesehen. Hab ich schon von gehört. Ah, da ist Bronto-Party auf der anderen Ufersatz. Komm mal hier hoch, komm mal hier hoch. Oder wo bist du grad? Ja, wie bist du denn hochgegangen? Ah, hier. Da vorne, der ist auch geil. Die hier, die Alkylosaurier, die hier rumhängen. Sind dann Alkylosaurier, die Schweine? Nee, nicht die Schweine. Was ist da im Wasser? Ja, genau. Das ist ein Alkylosaurier. Das ist eine mit so Stacheln auf dem Rücken. Ja. Und so ein Stachelschwanz auch. Ich weiß nicht, ob die dich angreifen. Keine Ahnung. Aber die sind auf jeden Fall cool zu haben. Ja. Was ist da rechts? Das ist auch so einer. Das ist auch so ein Stacheln. Da müsste man testen, ob die uns platt machen. Ja, eben. Das muss man halt testen, ganz genau. Bei einem Bronto ist es ein kleiner Fresser gerade. Die Bäume können wir aber auch hacken, ne? Die hier stehen. Ich weiß nicht, ob die nachwachsen, ne? Weiß ich auch nicht. Also wäre schon cooler, wenn wir die ein bisschen weiter weg holen könnten. Also so ein paar Meter. Ja, ich frage jetzt nur, weil wir brauchen hier nicht bauen, wenn wir hier nichts haben oder was sammeln können. Hier sind halt mega wenig Büsche auch so, ne? Da müssen wir ein bisschen reingehen, glaube ich. Mal ein bisschen gucken. Oder hier einfach ein bisschen an der Klippe nochmal langlatschen. Wir haben jetzt 19 Minuten, aber wir gehen jetzt noch ein paar Minuten. Das muss jetzt gehen. Ja, eben. Wir müssen ja einen Spot finden hier. Aber die Geräusche hier alle. Da ist ein Trize. Das ist auch schon gut, dass die hier sind. Oh, sie geht die Klippe schon wieder runter. Hm. Wobei die noch hoch genug ist, und obwohl du kannst hier, könntest du vielleicht sogar runtergehen. Hier an dem Stein kann man vielleicht runtergehen. Ja, das könnte sein. Der geht so ein bisschen schräg runter. Ja, hier meine ich. Ja, ja, genau. Das ist wie so ein... Boah, das wäre eigentlich wieder geil. Lass es mal probieren. Ne, weiter geht nicht. Geht nicht? Kommst nur bis hier. Ne, wenn du hier runter gehst, kommst du nicht mehr hoch. Okay, schade. Also vermutlich. Ja, kann ja sein. Oh, meine Scheiße, rollt. Hm. Bin noch nicht überzeugt hier. Ja, komm mal hier weiter. Wo bist denn du jetzt? Das ist ein landesinnere Glaubenstück. Okay, ja, ja, sehe ich. Weil da vorne war noch so eine Felswand eben. Mal gucken, was da denn noch so ist. Falls wir bis da hinkommen, überhaupt, weiß ich nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Versuchen wir mal, wir haben ja nichts. Ja, eben. Wir sind ja eh ver... Kann man eigentlich hier den Scheiß einsammeln? Aber kann man auch... Ah, okay, das sind auch Büsche, die kann man auch so... Oh, oh, T-Rex. Wo? Da, da, da. Wo? In die Richtung. Wo ist da, da, da? Ah, da. Sehe ich, sehe ich, sehe ich. Uh, da hinten ist auch so ein Stego oder sowas, ne? Ah, die kämpfen mit dem. Noch weiter hinten durch, siehst du? Das ist sowas mit so einem... Uh. Okay, das... Der frisst die alle da. Gehen wir lieber nicht hin. Das ist halt auch gucken, dass wir das wiederfinden, ne? Wenn wir jetzt zu tief reingehen, da kann es ja nicht spawnen, weil wir noch kein Bett bauen können. Ja, ja, klar. Aber ich habe jetzt auch noch nichts gesehen, wo ich jetzt sagen würde, ja, es ist der überragende Spawn. Hm. Oh, ich finde die D-Rex, ich muss Wasser haben, scheiße. Oh, ich muss auch gleich Wasser haben. Shit. Da wäre es vielleicht gut, am Wasser zu sein auch. Hm. Ja, so ein bisschen Dschungel war ganz cool eigentlich, ne, aber... Ja, aber wenn hier halt nichts ist... Eben, oh. Ich meine Strand... Oh, die war dehydrated. Ja, ich habe noch keinen Schaden, aber... Ah, hier kann man aber wieder... Hier kann man, glaube ich, nachher wieder hoch. Oh, das ist ein Spucker. Wo ist ein Spucker? Da sind... Hier im Wald. Ich bin runtergegangen zum Wasser. Ach so. Ich habe da einen Spot gefunden, wo ich wieder hoch könnte. Scheiße, ich habe einen Spucker hinter mir. Da ist auch ein Spucker, scheiße. Aber ich muss jetzt weiterlaufen, erstmal zum Wasser. Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin ganz am Strand. Ich bin... Da habe ich abgehauen. Fast da, wo ich eben war. Wo ich gespawnt bin. Na, ich komme jetzt erstmal runter. Ja, mach das. Ich habe hier gerade... Hinter dir ist ein Spucker, hinter dir ist ein Spucker. Ja, der kommt noch einer. Kann nur nicht schnell laufen. Ja, ist gut. Ich erklär den. Ja. Der ist schon weg. Nehme aus. Muss erstmal gerade ins Wasser los. Mach das. Okay. Ach so. Hunger. Scheiße. Bären. Ja, wir müssen doch hier unten irgendwie am Strand direkt bleiben, damit wir was zu haben was, ne? Ja, ich glaube. Verdammt. Da muss doch irgendwo was zu holen sein. Ja, du musst sonst wirklich einen See haben, ne? Ja. Ansonsten sagt uns doch mal, wenn ihr arg zockt. Wir spielen die ganz normale The Island-Karte, glaube ich. Heißt die, ne? Ja. Ja. Wo hier ein geiler Spot ist? An welchem Spawn? Wir könnten uns ja nochmal töten lassen. Ja, im schlimmsten Fall. Also, wenn ihr sagt, boah, Süden 2 ist total der geile Spawn, dann könnten wir das tun. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und... Ich wollte gerade fragen, wo ist denn der Dale, aber da sehe ich da vorne schon Bäume fallen. Da ist er. Ja, muss man aber tun, ne? Guck in die Kamera und verabschiede dich. Wo bist du denn in die Kamera? Wo ist die Atta? Hier. Tschö. Okay. Hab's mir überlegt. Guck doch nicht in die Kamera. Bis dann. Tschüss. Tschö.